Äh, viel zu süß, der Scheiß. Moment. Wir haben eine Verzögerung, oder? Die habe ich hier gerade eingestellt, ist jetzt drin. So, ich brauche auf jeden Fall... Übernehmen, erweitert, ist die Verzögerung an? Ja. Ja. Läuft es jetzt? Flüssig ist die Frage. Gehen wir mal schnell auf Twitch, ne? Das müssen wir ja rausfinden. Du, 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 du. Mhm. So, 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 es lädt, es lädt, es lädt, es lädt, es lädt. Okay, das Bild sieht erstmal solide aus, wir haben eine Quelle von 540p, kann nicht mit Leben, gut für mobil, aber auch gut für unterwegs. Wir haben jetzt keine verworfenen Frames mehr, neuer, dann machen wir jetzt mal die Gaming Szene fertig. Donations werden übrigens noch nicht angezeigt, gehen wir dafür mal, machen wir, plus Cam natürlich, haben wir hier natürlich kleiner und die ganzen Spiele muss ich nachher nach hinzufügen, aber wir können ja erstmal, äh, Videoaufnahmegerät, ähm, Konsole, die Konsole hinzufügen, weil die habe ich, äh, wo steckt die gerade drin, die ist gerade in der Playstation. Die habe ich ja permanent angeschlossen, das ist, USB-Kamera, keins von denen. Ah doch, jetzt hat er das erkannt, USB-Video. So, okay, muss auf jeden Fall immer nach ganz unten und innen, so, den Ton brauche ich davon noch eingeschafften, ja, 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 abbrechen, äh, hinzufügen, ähm, Audioeingabe, Konsole, Audio, und Gerät ist, kannst du den, abbrechen, äh, Konsole, Audio, können wir dann entfernen. So, jetzt plus, nochmal neu, Videoausgabe, was ist das, das? Oh, können Sie von denen, das ist jetzt belastend, ähm, Moment, aber irgendwie so gegenlassig, ist das gerade nicht mehr im Kopf, äh, Konsole ist aktiv, äh, ich höre nichts und das müsste eigentlich, äh, Monitorausgabe, stumm schalten, nein, das ist es nicht, schließen, plus, ähm, nochmal, Sprecher, ist das? Test, nochmal, test, 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 haben wir hier Geräusche blieben, PC, PC, äh, Konsole, nein, entfernen, oh, Gott, Eigenschaften, okay, hier ist ein Geräusche, ich höre sie noch nicht, Test, nee, das ist die, das ist ein Mikrofon, Eigenschaften, 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 es ist das, nein, Eigenschaften, eins von denen ist es, es ist das, nein, das ist es auch nicht, Eigenschaften, Standard wird es sicher nicht sein, und, äh, das ist, das ist es auch nicht, okay, entfernen, ja, regt mich das gerade auf, dass es nicht so funktioniert, wie ich will, ähm, fahrt, Diashu Browser build, hört man hier irgendwas, ähm, ja, auch nicht, hier, auch nicht, äh, Eigenschaften, erbrechen, okay, entfernen wir das nochmal, entfernen, ja, Moment mal kurz, OBS, ich google das eben, OBS Game Capture Card Audio aufnehmen, Oh, der erkennt mein PC das gerade nicht als Audio-Eingang, das könnte natürlich auch sein, dass da das Problem liegt, ich guck mal eben, eigentlich müsste, oh, guck mal, kann ich sagen, die Farb nicht markieren, wusste ich gar nicht, egal, ich will jetzt nicht an der Konsole zocken, deswegen, gucken wir uns erstmal Minecraft an, das stelle ich mir gerade leichter vor, habe ich es aber schon installiert, Minecraft als Testspiel, Minecraft startet, das mit der Konsole werde ich dann gleich noch in Ruhe einrichten, und dann sehen wir gleich noch in Ruhe einrichten, dass da die Konsole einschließen, Java startet. Java startet. So, Minecraft ist gestartet. Jetzt auch im Vollbildmodus. So. Okay, wenn ich außerhalb vom Vollbildmodus irgendwas anklicke, verschwindet das ganz so Fenster. Das ist blöd. Das ist manchmal nicht Vollbildmodus, sondern nur großes Fenster. Ich konnte es erst mal, dass ich tatsächlich keinen Vollbildmodus hatte. Keinen Plan warum. Äh, Spielaufnahme. Minecraft. Bestimmtes Fenster erfassen. Genau das. Also das ist ein bisschen jetzt nicht breit genug, muss ich ein bisschen breiter ziehen. Ich manipuliere mal ein bisschen die Länge. So ein bisschen breitgezogen ist ja gar nicht mal so schlimm. Die Konsole muss immer nach ganz unten, sonst verdeckt die. Geben wir mal testweise, wie flüssig das geht. Gut. 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 Okay. Gut. Das Spiel brauchst du im Moment. Ich bin nur ich online, habe nur ne schlechter Verbindung. Das dürft ihr nicht sehen, das kommt mir nicht.